Erfurt, Bischleben Erfurt, Dietendorf, Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Sülzenbrücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Haarhausen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Arnstadt Hauptbahnhof Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Marlishausen Der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt den Haltewunsch-Taster drücken Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Niederwillingen Der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt den Haltewunsch-Taster drücken Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Stadt Ilm Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Singen Der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt den Haltewunsch-Taster drücken Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Paulin Zeller Nächster Halt, Paulin Zeller Der nächste Halt ist Bedarfshalt Zum Aussteigen bitte jetzt den Haltewunsch-Taster drücken Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Rottenbach Ausstieg in Fahrtrichtung links Nächster Halt, Rottenbach Nächster Halt, Bad Blankenburg Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten unseren Zielbahnhof Wir verabschieden uns von Ihnen Auf Wiedersehen Nächster Halt, Saalfeld Nächster Halt, Saalfeld Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Ausstieg in Fahrtrichtung rechts